Okay, ich hätte es nicht gedacht, dass wir so schnell an dem Bruchstück sind. Ich dachte eigentlich, wir brauchen da ein bisschen für... Okay, ich habe keine Granaden. Okay, ich mache das. Oh, 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 ich muss aufpassen, ich habe keinen Wiedereinstieg hier. What the fuck? Ihr wollt mich alle verarschen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. What the fuck, woher? Nein, 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 das kann ich doch verlieren. Das kann ich doch verlieren. Alter, der hat sich komplett geheilt. Oh, das sind zwei. Nein, 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 das habe ich ganz gesehen, das ist... Alter, das habe ich ganz gesehen, dass das zwei sind. Wir haben sie wohl verscheucht. Bring mich zum Bruchstück. Nein, da waren... Ah, fuck, da war noch oben was. Warum? Warum macht ihr das? Das ist doch kacke. Mann. Da lag oben noch was. Gerade am Anfangszeit ist jedes Teil Rüstung ganz wichtig. Deshalb wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reisenden Zeit. Wirst du es... Halt deinen hellen Hut fest. Jawoll. Spürst du es? Ja. Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Augen auf, Hüte. Muss ich mal ganz kurz hier was zu trinken eingießen. Voll der... Das professionelle Gameplay hier. Dämmerklinge. Warlock-Fokus. Nutze das Licht. Warte, steht den Film getötet. Da läuft da noch was. Ach, egal jetzt. Ne, da. Oh, wir haben auch wieder super. Das ist unsere Chance. Ach, sie ist, da liegt noch mehr. Ja. Alter! Ja. Wir haben sie doch. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was wir gerade hier machen sollen, aber es macht Spaß. Das ist ein großer, das ist ein großer. Oh, was wir? Oh, was wir? Oh, was wir? Oh, was wir? großartig ich habe einen upgrade punkt nice oder wir haben noch helme 10 24 panzerhandschuhe 21 24 so ach ja genau wir können ja aber wähle eine fähigkeit mit der abkünftige solarkranate morgenröder das soll relativ gut sein hier auch wir sind ja schon wieder um orbit das licht ist zurück was machen wir jetzt ach so okay wir haben noch genug zeit jetzt bisher zu spielen die zweite folge ist auch gerade hochgeladen dritte folge lädt gerade hoch auch wenn es jetzt schon kurz vor zwölf ist das ist schon okay da habt ihr dann wenn ihr morgen früh aufsteht ganz viele folgen destiny von mir das ist das ist das ist das ist hallo 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 schon gewundert warum werden so wenig leute hier sind so na schau mal einer an du hast dein licht wieder ich weiß nicht wie du es angestellt hast aber ich freue mich wir werden es brauchen hier draußen sind viel mehr überlebende und sie brauchen deine hilfe alle sollten wissen dass die farm sicher ist ich habe vor ein paar stunden einen freund in die etz geschickt um ein com netzwerk aufzubauen er heißt devram k cooler typ tschüss 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 hüter hallo 혼자 er criticisms ok übersicht freunde ちょうнибудь fotte das spiel alle gerade Oder sind das jetzt nur die, die... Okay. Ziele. So, die Farm. Ich hab's doch schon gedrückt, Mensch. Nervt mich doch nicht so. Wähle die Erde. Zielkarte zu öffnen? Okay. Wir wählen das Rode... Ah, okay. Das ist die Mission, die wir gerade... Hase oder Taube zum Abendessen? Du entscheidest, Spatzenhirn. Ist das die... Es ist nie langweilig im Turm, wenn du da bist. Okay. Spuck aus, warum du hier bist. Es macht schon echt Spaß. Ja, wenn immer nicht die Ladebildschirme wären. Äh... Na gut, jetzt geht's gerade. Ja, gut. Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Okay. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Okay. Denk dran. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Es gibt immer jemanden, der schlimmer dran ist. Finde Devrim K. Mach ich. Okay, dann müssen wir diesen Devrim suchen, warum er auch immer verloren ist. Ja, Gott. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Alter, ist die Waffe- Scheiße. Alter, ist die Waffe- Bist du bin ich tot? Ach, war mir schon hinten einer Äh, Leute Ich muss die Waffen wechseln Leute Könnte mich wieder jemand wegstellen hier Danke dir Muss hinweg Ähm, ich muss mir eine andere Waffe auswählen Die Waffen waren Die Waffen sind echt gerade ein bisschen scheiße Oh Mann, hör mal auf da 24 So, da müssen wir langen Da müssen wir irgendwo langen Ich habe das Gefühl, wir müssen da hoch Ah Nicht ganz so hoch Ah Ich glaube mit dir soll man sprechen Ein Gast Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst Ich weiß, was Hüter drauf haben Okay Du kennst mich nicht Ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen Oder? Äh, ja Hm Ich hoffe, das hilft Bis bald Daher assy Untertitelung des ZDF, 2020